Was ist Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung? Ja, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Die Erde hat ausreichend Ressourcen, um alle Menschen zu ernähren. Es gibt genügend Land dafür, auch wenn die Erosion von Land ein wachsendes Problem ist. Bei Zunahme der Weltbevölkerung. Es gibt genügend Know-how, aber wir sind noch nicht intelligent genug unterwegs, um dieses Know-how auch auf den Boden zu bringen. Es gibt immer mehr Handelsunternehmen, die auf regionale und auf faire Produktion Wert legen. Das sind die zwei Bereiche, in denen es durchaus noch Entwicklungspotenzial gibt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in unserem Konsumverhalten, gerade in unserem Essverhalten, uns wieder an saisonalen Produkten ausrichten. Dass wir überhaupt wissen, wie Lebensmittel hergestellt werden. Dass wir nachfragen und ein Interesse daran haben, was wir da einkaufen und was wir kochen und essen. Und das Gleiche gilt natürlich für Produkte aus Entwicklungsländern. Es ist schon wichtig, dass diese Produkte so hergestellt werden, dass auch die Kleinbauerinnen und Kleinbauern, die davon leben müssen, einen fairen Anteil haben. Dass da keine Ausbeutung stattfindet. Zum Beispiel keine Kinderarbeit im Anbau von Kakaobohnen. Schokolade, wir sehen das Ergebnis. Die Schokolade, die bei uns im Supermarktregal liegt. Aber die Leute, die die Kakaobohnen ernten, die müssen auch ein Auskommen haben. Und deswegen brauchen wir Transparenz in internationalen Handelsbeziehungen, in globalen Wertschöpfungsketten. Und das ist möglich. Es ist möglich, internationalen Handel- und Wertschöpfungsketten so zu organisieren, dass vom Beginn der Produktionskette bis zum Supermarktregal, vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel alle einen fairen Anteil haben. Ich achte schon darauf, was ich esse. Das kann ich auf der Waage auch regelmäßig kontrollieren. Dass ich mich gesund ernähre. Ich weiß auch, wo meine Kleidung herkommt und wie sie produziert wird. Aber es gibt sicher Bereiche, wo man ein bisschen nacharbeiten kann. Aber in der Mobilität ist es für Politiker schwierig. Wir sind viel unterwegs und ich muss natürlich auch oft das Flugzeug benutzen. Ich weiß, was wir für einen Fußabdruck damit hinterlassen. Von daher wird das wohl eine eher überdurchschnittliche Inanspruchnahme unserer Ressourcen bleiben, wenn Politiker viel unterwegs sind. Aber das gehört zu der Aufgabe dann auch dazu. Ich weiß, was wir für einen Fußabdruck. 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 Ich weiß, was wir für einen Fußabdruck.